Herzlich Willkommen zu Sally! Wir spielen einfach mal Stufe 1. Ich kann hier leider keinen Ton verwenden, weil der Ton einfach viel zu laut wäre und man das nicht regeln kann. Aber ich habe das störende Klicken trotzdem gelassen, dass man irgendwelche störende Geräusche dennoch wahrnehmen kann. Nein, meine Stimme ist nicht nervig. Zumindest für mich nicht. Was muss ich hier machen? Ich mache einfach mal auf weiter und dann schauen wir uns an. Was ist das denn hier? Ich bin eine Ananas. Ich muss die Mission Ananas spielen. Ich muss irgendwie Zuckerfunklein sammeln. Okay. Okay. Was kann ich machen? Was kann ich machen? Oh, okay, okay. Okay. Was kann ich noch machen? Und Action. Ah, okay. Ich verstehe, wie das Spiel geht. Man muss immer warten, bis es aufgeladen ist und dann kann ich Action. Okay. Aber ich darf auch nicht zu viel Action machen, nicht, dass ich sonst die Hunde fliege. Jetzt muss man, glaube ich, sehr präzise hier alles steuern. Jetzt muss ich erstmal hier rüber. Über den Pizzikarton drüber. Und was sind da eingeschwerte Himbeeren? Oh mein Gott. Sie sind eingesperrt. Aber wo muss ich hin? Muss ich da in den Regen rammen? Die Himbeeren, sie freuen sich. Aber jetzt, glaube ich, muss ich noch den Pfefferstreuer oder irgendwas einsammeln. Äh, gut. Ja, ich freue mich auch. Ja, danke für eure herzhaften Liebesgrüße und eure Herze. Also, ich muss jetzt mal weitermachen. Ach, das war schon Level 1. Wir haben Level 1 auch schon beendet. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nicht zum nächsten Level 2er Level. Ach, was rede ich denn schon wieder? Ach, egal. Ich beende einfach mal die Aufnahme. Oh, tschüssi. Ich beende einfach mal die Aufnahme.